Ihr Olli wurde verhaftet, ist nun in Untersuchungshaft und wird bald angeklagt vor Gericht. Hi Leute und willkommen zu diesem Video. Ich bin richtig froh, dass ich dieses Video heute machen kann. Ja, ihr habt es richtig gelesen im Titel. Ihr Olli wurde verhaftet, ist nun in Untersuchungshaft und wird bald angeklagt vor Gericht. Und hier ist die offizielle Pressemitteilung von der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Anklage erhoben gegen YouTuber und Influencer wegen schweren Sex und Missbrauchs minderjähriger Fans. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anklage gegen den 25-jährigen Yunus W. wegen schweren Sex und Missbrauchs von Kindern, Jugendlichen, Vergewaltigung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung erhoben. Warum Yunus W.? Ja, das bürgerliche Name von Jo Olli. So heißt er also wirklich.